Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die sehr freundliche Einleitung und auch für die Einladung zu diesem Thema sprechen zu dürfen. Ich habe keine Präsentation, sondern einen Handout Ihnen herumgereicht. Bei den sommerlichen Temperaturen nehme ich mir die Freiheitsschakette. Sie sehen, ich besitze eines hier auszuziehen, um etwas gemütlicher hier diesen Vortrag bewältigen zu können. Und ich möchte noch eine andere Vorbemerkung einschalten. Ich habe mich wirklich nicht mit der Universität zu Köln bislang befasst in seiner Geschichte, sondern mit der Universität Wien. Und Sie verzeihen es mir, wenn ich ab und zu in meinem Vortrag dann auf dieses Beispiel auch näher eingehen werde, einfach um einen Vergleich zwischen Köln und Wien herzustellen. Die ausgeprägten Feierlichkeiten zur 100-Jahr-Feier der Universität zu Köln zeigen, dass in der zunehmend globalisierten Konkurrenz der Bildungseinrichtungen universitäre Feste insgesamt an Bedeutung gewinnen. Jubiläen und andere Feierlichkeiten dienen in Zeiten der Exzellenzinitiative der Selbstdarstellung und geben Anlass in Ansprachen über die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der eigenen Universität, ihren bildungspolitischen Auftrag sowie ihre soziale Verantwortung zu reflektieren. Nicht selten wird in solchen Reden der Universität zu einem utopischen Ort, an dem alle Probleme der gegenwärtigen Gesellschaft durch Forschung, Wissenschaft und Innovation prospektiv lösbar erscheinen. In Deutschland genügt es, den Begriff der Wissensgesellschaft in den Mund zu nehmen, um damit die Gestaltbarkeit sozialer Verhältnisse und die Lösbarkeit von Problemen nahezulegen. Der Begriff, so formuliert der Unlext Frank Rexroth, taugt für einen optimistischen Blick auf die Gegenwart und fungiert als einer von wenigen Konsensbegriffen des politischen, als Kernbegriff einer neuen sozialen Utopie. Diese Zukunftsversprechungen zählen zum gängigen Repertoire der Legitimierung universitärer Wissenschaft, wie ein Blick auf die brandneue Webseite zur Hightech-Strategie 2025 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung lehrt. Dort ist zu lesen, Zitat, In unserer vielfältigen Hochschullandschaft entstehen täglich neue Ideen, neues Wissen und neue Technologien. Damit diese technologischen und sozialen Innovationen aus den Hochschulen auch in Zukunft die treibende Kraft für unseren Wohlstand und unsere Lebensqualität sind, haben Bund und Länder die Initiative Innovative Hochschule beschlossen, damit aus Erkenntnissen der Forschung in allen Wissensdisziplinen noch effizienter, kreativer Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit werden. Zitat Ende. Doch die Universität ist nicht nur in der politischen Rhetorik ein utopischer Ort. Auch Teile der Studentenschaft erwarten von der Universität, dass sie die Einschränkungen und Zwänge unseres Alltags transzendiert und ein Forum für herrschaftsfreie und egalitäre Diskussionen bereitstellt. Diese Vorstellungen stehen im Gegensatz zum Modell der Universität als Institution der Zukunftsbewältigung und haben oft nur mehr den Status eines Nischendiskurses in der radikalen Linken. Aber an einer so großen Universität von Köln sind sie weiterhin wortmächtig und präsent. Im Programm des Wendepunkt Sozialisten und andere Aktive an der Uni Köln-Wulgo, der Fanclub von Peter Förster, für die letzten Hochschulwahlen ist zu lesen, Zitat, Möglicherweise haben diese gegenläufigen utopischen Projizierungen darin ihre Wurzel, dass es sich bei der Universität in den Worten von Niklas Luhmann um eine Zitat Anomalie der modernen Gesellschaft handelt. Zitat, Für einen Rationalisten wie Luhmann war es ausgemacht, dass die fortschrittende Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft dazu führen würde, die Koppelung von Wissenschaft und Erziehung aufzubrechen und damit verbundene, Zitat, Leistungsminderungen zu beseitigen. Die Differenzierung von Erziehung und wissenschaftlicher Forschung, so schrieb Luhmann 1990, wird sich durchsetzen. Wie in anderen Bereichen auch, scheint sich die Realität dem Rationalismus, der Systemtheorie allerdings nicht zu fügen. Die Mittelalterwurzeln der Verbindung von Forschung und Lehre, Freiheit der Wissenschaft und institutioneller Abhängigkeit zeigt eine Abstandsfähigkeit, die man nicht systemisch, sondern nur mit ihrer kulturellen symbolischen Bedeutung erklären kann. Damit erscheint der Institutionen theoretischer Zugriff, der mit dem Namen des Soziologen Karl Siegbert Rebeck verbunden ist, besser geeignet, die Widersprüche der Universität theoretisch in den Griff zu bekommen. Nach Rebeck beruhen Institutionen auf konträren oder zumindest in Spannung befindlichen Leitideen. Im Hinblick auf die Universität hat Rebeck vor kurzem festgestellt, Zitat, die Universität hat eben auch keine einheitliche Leitidee, sondern weist einen Komplex verschiedenartiger und konkurrierender Leitideen auf. Strukturell vereinigt die Universität schwer Vereinbares. Sie ist auf Widersprüche gebaut, eben ein komplexes Gebilde, gekennzeichnet von Differenzierungsprozessen ebenso wie von der Anlagerung immer neuer Aufgaben. Staatsanstalt und teilautonome Körperschaft, Forschungseinrichtung und Lehranstalt, Massenuniversität und disziplinär gegliedertes Hochleistungszentrum demokratisch verfasst und zugleich ständig organisiert, auf Berufsvorbereitung ebenso wie verpflichtet wie auf die Tradierung von Bildungswissen, auf Grundlagenforschung nicht weniger als auf Anwendungsorientierung. Zitat Ende. Solche konträren Leitideen und utopischen Vorstellungen sind nicht nur für den heutigen Diskurs über Universitäten charakteristisch, sie prägten bereits die Anfänge der Europäischen Universität im Mittelalter. Diese These möchte ich im Folgenden anhand der Gründungsgeschichte Kölns exemplifizieren. Daneben werde ich mich bemühen, den Gründungsakt, den Charakter des Gründungsaktes von 1388 näher hin zu bestimmen. Wie handelt es sich im Kölner Fall um eine Gründung oder um eine Stiftung? Welche Rolle spielte die Stadt, der Papst und die Gelehrtengemeinde? Und wie unterscheidet sich Köln von anderen Hochschulgründungen im römisch-deutschen Reich? Der Logos Klassikus, der klassische Ort für die Formulierung utopischer Vorstellungen und konträrer Leitideen sind die mittelalterlichen Gründungsurkunden. Das Papstprivileg, das am Anfang der Kölner Universitätsgründung von 1388 steht, bietet dafür reiches Anschauungsmaterial. Ich zitiere, Wie die Universität Männer hervorbringe, ausgezeichnet durch Reife des Urteils, gekrönt mit dem Schmuck der Tugend, geschult durch die Lehrsätze der verschiedenen Fakultäten und es möge dort eine sprudelnde Quelle des Wissens entspringen, von deren Überfluss alle trinken mögen, die danach trachten, sich wissenschaftlichem Studium zu widmen. Lebenspraktische Weisheit und ewiger Fortschritt der Wissenschaft, moralische Tugend und Verbreitung des Glaubens, Förderung des Gemeinwohls für alle und Hervorbringung gelehrter Juristen und Advokaten, diese spannungsreichen Leitideen sind der Kölner Universität von Anfang an in die Wiege gelegt worden. Diese im Papstprivileg für Köln enthaltenen Leitideen sind aber weder spezifisch für Köln formuliert worden, noch ragen sie unter den Gründungsprivilegien des 14. Jahrhunderts besonders hervor. Papst Urban VI., der dieses Privileg ausgestellt hat, bedient sich wörtlich bei älteren papstpäpstlichen Privilegien, ohne die Formulierungen mehr als notwendig auf den Kölner Fall anzupassen. Die Idee eines kontinuierlichen Fortschritts der Wissenschaft zum Beispiel, war keineswegs neu. Papst Clemens VI. formulierte sie in seinem Privileg für Pisa aus dem Jahr 1343, wo es heißt, Zitat, unsere Absicht geht dahin, dass überall die Früchte der Wissenschaften einen kontinuierlichen Zuwachs erhalten. Die Idee selbst ist noch älter und findet das erste Mal ihren Ausdruck im Privileg Bonifatz VIII. für die Gründung einer Universität im südfranzösischen Pamier aus dem Jahr 1295. Bonifatz muss überhaupt als der Papst betrachtet werden, der den Diskurs über die segensreichen Wirkungen der Universitäten am stärksten geprägt hat. Seine Privilegien für Pamier, Rom und Avignon bieten eine breite Palette an utopischen Vorstellungen über die Früchte scholastischer Wissenschaften und dienen späteren päpstlichen, aber auch königlichen Urkunden als Vorbild. Seine Urkunde für Avignon sticht noch einmal besonders hervor. Jede einzelne Wissenschaft wird darin mit bestimmten segensreichen Wirkungen für die gesamte Gesellschaft verknüpft. Von der Theologie über die Musik, die Geometrie, die Dialektik und Philosophie bis zur Jurisprudenz. Dies alles stellt der Papst in eine heilsgeschichtliche Rahmenerzählung. Die immense Güte des Schöpfers hat dafür gesorgt, dass der ungebildete Mensch, der nach der Erbsünde kaum mehr zur Vervollkommelung der Erkenntnis durch menschliche Vernunft fähig ist, durch die Lehre der Wissenschaften und der Künste die Lehrsamkeit empfängt und so auch zur Erkenntnis der Heiligen Schrift gelangt. Die Wissenschaft als Heiligung von der Erbsünde. Dieser Gedanke wurde von Papst Bonifat zum VIII. dem machtbewussten Vorkämpfer päpstlicher Universalherrschaft formuliert. Damit unterscheidet sich das Kölner Gründungsprivileg von anderen, insbesondere fürstlichen Urkunden, die häufig viel freier mit den päpstlichen Vorgaben umgehen und noch ostentativer die segensreichen Wirkungen von Universitäten beschreiben. Ein außergewöhnliches Beispiel dafür ist das Privileg Rudolfs IV. zur Gründung der Universität Wien, ausgestellt am 12. März 1365. Es ist vor allem Rudolfs Idee der Errichtung eines Universitätscampus in Wien, die Historiker dazu bewogen hat, dem österreichischen Herzog Prunksucht, Realitätsferne, eher einen Hang zum Überdimensionalen zuzuschreiben. Rudolf formulierte an der Gründungsurkunde der Wiener Universität den Plan, ein eigenes Stadtviertel, ein ganzes Stadtviertel in Wien, allein der Nutzung der Universität zu verantworten. Das Viertel sollte sich zwischen der Hofburg und dem Schottenstift erstrecken und durch eine Mauer, Stadtmauer von der restlichen Stadt abgegrenzt werden. Von all dem wurde freilich nichts realisiert. Darüber hinaus benannte Rudolf IV. einen ganzen Reigen von segensreichen Wirkungen an der Universität. Zitat Gott hat uns geneigt und gewogen gemacht und auch der innere Instinkt erfordert es, dass wir für unsere unterworfenen Länder und Völker dasjenige festlegen, bestimmen und anordnen, wodurch die Gnade unseres Schöpfers im Himmel gepriesen wird, wodurch der orthodoxe Glaube verbreitet wird, wodurch die einfachen Menschen aufgeklärt werden, wodurch die Gerechtigkeit des Gerichtsurteils aufrechterhalten wird, wodurch der menschliche Intellekt erleuchtet und die Vernunft erweitert, sowie das Gemeinwesen wächst und wodurch die Herzen der Menschen zur Erleuchtung durch den Heiligen Geist vorbereitet werden. Deswegen kommt es, dass wir, also Rudolf, gewissermaßen als dankbare Empfänger guter Gaben auch dieser vorgenannten Geneigtheit und dem Instinkt wenigstens ein wenig Genüge tun wollen, zum Lob und zur Ehre Gottes, zum Nutzen und Fortschritt des Menschengeschlechts, für das Heil der Seelen sowohl unserer als auch unserer berühmten Vorfahren, für die Vermehrung des Gemeinwesens und für die besonderen Vorrang und die Würde des Herzogtums und der Stadt Wien. Deshalb, und hier verkürze ich den Wortlaut ein wenig, errichten wir öffentliche und privilegierte Schulen und ein Studium Generale in der Stadt Wien. Kurzum, es gibt kaum einen Lebensbereich, den die Gründung der Universität nicht positiv beeinflussen soll. Das Seelenheil der Menschen, den rechten Glauben, die Gerichtsbarkeit der staatlichen Gemeinwesen, den menschlichen Intellekt, den Vorrang des habsburgischen Herzogtums, die Würde der Stadt Wien und sogar eben auch die einfachen Menschen. Man möchte kaum glauben, dass solche Visionen vom ewigen Fortschritt des Staates, von der stetigen Hervorbringung neuer Erkenntnisse sowie von der Aufklärung der einfachen Menschen im dunklen Mittelalter formuliert wurden. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser erhöhte rhetorische Aufwand deshalb betrieben wurde, weil Rudolf unter besonderem Legitimationsdruck stand. Er war der erste Universitätsgründer, der nicht königlichen Rang hatte oder nicht Papst war. Er musste deshalb beim Papstalp auch bei den Einwohnern Österreichs, vor allem im Adel Österreichs, für dieses Projekt werben gewissermaßen überzeugen. Bei der Kölner Gründung von 1388 hätte man auch ein erhöhtes Legitimationsdefizit oder Bedürfnis, besser gesagt, erwarten können, war Köln doch die erste Stadt im Reich neuerlichter Alpen, die ohne fürstliche oder königliche Rückendeckung eine Universität errichtete. In Köln hat man es jedoch nicht für nötig befunden, den Gründungsakt durch die Abfassung eines eigenen städtischen Privilegs aufzuwerten. Köln ist insofern innerhalb der deutschen Universitätsgründungen des 14. Jahrhunderts eher ein Sonderfall, ein Punkt, den ich jetzt noch weiter kurz entfalten will. In der Universitätsgeschichtsschreibung unterscheidet man traditionell zwischen Universitäten ex consuetudine und Universitäten ex fundatione. Das heißt, zwischen solchen Universitäten, die aus sich heraus durch den Zusammenschluss von bestehenden Schulen entstanden sind und erst nachträglich privilegiert wurden und anderen, die durch einen Gründungsakt eines Königsfürsten oder durch den Papst überhaupt erst zustande gekommen sind. Zum Typ der Hochschule ex consuetudine, also gewachsene Hochschulen kann man noch sagen, zählen die frühesten Universitäten wie Bologna und Paris, die beide in der Zeit um 1200 aus der Vereinigung schon bestehender Schulen zu einer juristischen Kooperation entstanden sind, in Bologna bekanntlich als Kooperation der Skolan und in Paris als Kooperation der Magister. Erst nach dem Beginn der autonomen Selbstregulierung sind diese Universitäten von den Königen, Kaisern und Päpsten mit Privilegien ausgeschattet worden. Beim Typ der Hochschule ex fundatione stehen dagegen die Privilegien am Anfang der Entwicklung. Oft verging von der Ausstellung des Privilegs bis zur Eröffnung der Hochschule viel Zeit oder eine Eröffnung ist ganz unterblieben. So hat die Stadt Erfurt bereits vor Köln im Jahr 1379 ein Privileg des Papstes aus Avignon erhalten, konnte er die Gründung jedoch nicht realisieren. Erst als in Köln der Gründungsakt gelungen war, wandte sich Erfurt erneut 1392 an den Papst, dieses Mal einen römischen, der ein weiteres Gründungsprivileg aufstellte, das aber nicht das alte erwähnte. Auf dieser Grundlage ist dann in Erfurt tatsächlich die Eröffnung der Universität gelungen. Im 14. Jahrhundert hatten aber die Universitäten in Mitteleuropa insgesamt einen sehr schweren Start. Die Gründungen in Prag, Krakau, Wien und Petsch waren allesamt mit den Worten Peter Moraws, Zitat, dynastische Kopfgeburten. Insofern in erster Linie die herrschenden Dynastien an der Errichtung eines derartigen Prestigeobjekts interessiert waren. Wie seit längerem in der Forschung unbestritten ist, erwartete man sich von den neuen Hochschulen weniger das Eindringen von Gelehrten in die territoriale Verwaltung, sondern eher ganz allgemein einen Vorteil an Repräsentation in der internationalen Konkurrenz der Herrscher-Dynastien. Auf die notwendigen Voraussetzungen für eine Universität wurde dabei kaum geachtet. So ist zum Beispiel die Universität Petsch bald nach ihrer Gründung durch den ungarischen König Ludwig von Anjou wieder eingestellt worden. Auch die Hohe Schule von Krakau erfüllte nicht die Erwartungen, die bei ihrer Gründung 1364 in sie gesetzt worden waren. Bis zur Neugründung im Jahr 1400 fanden überhaupt keine Magisterpromotionen, also keine akademischen Abschlüsse im Gratis Magister statt. In Prag gestalteten sich die Anfänge ebenfalls schwierig. Von der Gründung im Jahr 1348 bis 1360 musste man ohne eigenes Gebäude auskommen. Die erste Graduierung zum Magister ist im Jahr 1359, also elf Jahre nach der Gründung, erst belegt. Seit den 60er Jahren des 14. Jahrhunderts nahm jedoch dann die Universität Prag deutlich festere Konturen an. Sie war gewissermaßen die Reichsuniversität für das römisch-deutsche Reich im 14. Jahrhundert und zählte Ende des 14. Jahrhunderts ca. 2000 Studenten, also fast so viel wie in Paris, wo man ungefähr mit 3000 bis 4000 Studenten rechnen kann. Diese jüngeren Gründungen, diese Universitäten ex-Fundatione, benötigten somit in der Regel eine Anlaufzeit von mehreren Jahren bis Jahrzehnten. Die Gründung von Universitäten, just an solchen Orten, wo weder eine bedeutende Schultradition noch überhaupt ein Bedarf von Absolventen bestand, war Ausdruck des dynastischen Willens, sich mit dem Glanz eines repräsentativen Bildungszentrums zu umgeben. Die Universität Köln stellt hierzu eine verpannte Ausnahme dar. Schon bei der feierlichen Eröffnung am Dreikönigstag, 1389, standen 20 Universitätslehrer, 20 Professoren bereit, die sofort mit dem Unterricht in allen vier Fakultäten beginnen konnten. Das waren mehr als bei allen anderen Gründungen im 14. Jahrhundert zusammen in Mitteleuropa. Ein Jahr später zählte die Universität schon 50 Dozenten und über 700 Skolaren. Was sind die Gründe für diesen reibungslosen Auftakt in Köln dafür, dass keine Gründung so unproblematisch verlief wie in Köln? Die Forschung hat schon lange auf die idealen Voraussetzungen in Köln hingewiesen. Erstens war der Kölner Raum in viel höherem Grad akademisiert als der Rest Deutschlands. Die englisch-deutsche Nation an der Universität Paris, die den gesamten Norden, Osten und die Mitte Europas umfasste, setzte sich im 14. Jahrhundert zur Hälfte aus Studenten aus der Kölner Kirchenprovinz zusammen. Also Nation muss man in der Universität immer verstehen als eine Herkunftsregion. Also die englisch-deutsche Nation in Paris umfasste den gesamten Norden, also Skandinavien, England, Schottland, aber auch die slawischen Länder im Osten und Mitteleuropa. Und aus dieser englisch-deutschen Nation stammten die Hälfte aus der Kirchenprovinz Köln, nachdem natürlich die Engländer im Verlauf des 100-jährigen Krieges dann Paris im 1400 nicht mehr aufgesucht haben. Aber trotzdem ist dieser Befund höchst aufschlussreich. Zweitens hatte Köln eine kirchliche Infrastruktur, von der andere Städte wie Prag, Wien und Heidelberg nur träumen konnten. Mit dem Domstift gab es elf Stiftskirchen, die Kanoniker-Pfründen hatten, die man für die Versorgung der Professoren heranziehen konnte. Von den 20 Gründungsprofessoren saßen bereits 17 auf einer Pründe in Köln. Wien hatte dazu im Vergleich weder ein Bistum noch überhaupt ein einziges Kanoniker-Stift. Erst Rudolf IV. gründete gemeinsam mit der Universität das Allerheiligenstift an Sankt Stephan. Drittens besaßen in Köln die Bettelorden bereits Generalstudien, die ihren Ordensangehörigen aus der gesamten größeren Ordensprovinz Germania eine höhere Ausbildung in Theologie anboten, und zwar die vier großen Bettelorden der Franziskaner, Dominikaner, Augustiner, Eremiten und Karmeliter. Diese Schulen wurden nach der Gründung von 1388 in die Universität inkorporiert und stellten an einen erheblichen Anteil der Professoren an der Theologischen Fakultät. Viertens ist die Abwanderung aus Paris infolge des großen abendländischen Schismas nicht zu unterschätzen. Seit 1378, also zehn Jahre vor der Gründung, stritten in Avignon und Rom zwei Päpste um die Anerkennung der europäischen Christenheit und waren daher auf die Unterstützung weltlicher Fürsten, aber auch der großen städtischen Kommunen angewiesen. Während die Päpste vor dem Ausbruch des Schismas bei neuen Gründungen noch häufig die Theologische Fakultät verweigert hatten, war der römische Papst plötzlich erpressbar geworden. Das Schismas hatte aber neben der Ausbreitung theologischer Fakultäten noch andere segensreiche Wirkungen. Bedeutende deutsche Gelehrte in Paris gerieten in ein Dilemma, da sie einerseits auf den Pfundenmarkt der römischen Obedienz in Deutschland angewiesen waren, andererseits aber mit der avignonnesischen Ausrichtung des französischen Königs und der Universität Paris konfrontiert waren. Anfang der 80er Jahre, der 1380er Jahre, kehrten fast alle deutschen Gelehrten Paris den Rücken. Damit war mit einem Schlag der Markt an hochqualifizierten Lehrpersonal übersättigt. Hochrangigen Gelehrten, an denen es bei der Gründung von Prag, Wien, Krakau noch mangelte, konnten jetzt mühelos angeworben werden. Bedeutend waren diese Gelehrten einerseits dadurch, dass sie natürlich viele Schüler mit sich im Schleppdau hatten, aber andererseits auch als Gründungsexperten, weil sie wussten, wie man Statuten schrieb, wie man eine Universität organisierte. Aber Köln zog fünftens nicht nur Professoren aus Paris an, sondern auch aus Prag. Aus Böhmen kamen direkt oder indirekt fünf der 20 Gründungsprofessoren. Dort in Prag, wo seit den 1360er Jahren die Universitätsstudenten aus dem ganzen Reich anzog, machten sich die ersten Spannungen zwischen der Böhmischen und den drei anderen Nationen bemerkbar, die aus dem Überschuss an Absolventen und an potenziellen Lehrkräften resultierten. Die böhmische Nation, und hier muss man auch wiederum Nationen nicht im modernen Sinn verstehen, sondern das waren sowohl die deutschsprachigen als auch die tschechischsprachigen Einwohner Böhmens. Also die böhmische Nation stellte circa nur 15 bis 20 Prozent der Studentenschaft, war aber nicht gewillt, den Zugriff landfremder Magister auf aus böhmischen Mitteln finanzierte Pfunden zu dulden. Erstmals kam es im Jahr 1384 zu einem Streit um die Besetzung des Karlskollegs, dort wo man die reichsten Pfunden bekommen konnte. Während es der Duten des Kollegen bei der Besetzung der Herkunft der Kandidaten noch nicht berücksichtigt hatte, sollten jetzt fast die Hälfte des Kollegen böhmischen Magistern reserviert werden. Und das führte zu einem großen Streit zwischen Anosität, zwischen dem Rektor, dem Erzbischof und dem böhmischen König, der dann irgendwann mal gelöst worden ist, aber führte dazu, dass trotzdem 23 Professoren aus Prag gegangen sind und sich an andere Universitäten umgetan haben, in Heidelberg, in Wien und eben dann auch in Köln. Die Universität Köln zählte somit zu den Hochschulen Ex-Fundationen, das ist eine Gründungshochschule. Das Privileg stand am Anfang und erst aufgrund des Privilegs ist eine Universität errichtet worden. Aber daneben teilt Köln auch einige Charakteristika mit den Hochschulen Ex-Konsuetudine, also den gewachsenen Hochschulen. Insofern diese Voraussetzungen in viel höherem Ausmaß gegeben waren als an anderen Gründungsuniversitäten. Darüber hinaus spielte die Abwanderung eine große Rolle, die sich nicht leicht in dieser Unterscheidung einfügen lässt, aber die schon vom Beginn der Universitäten an eine große Rolle gespielt hat. Die Universitäten von Padua und Cambridge entstanden in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, weil die Studenten und Dozenten wegen Konflikte mit den städtischen Autoritäten aus Bologna und Oxford ausgezogen waren. Auch noch nach der Lösung dieser Konflikte blieben diese Standorte in Padua und Cambridge erhalten und Cambridge erhielt sogar einige Jahre vor Oxford dann die ersten Privilegien, wodurch sich bis heute Cambridge noch immer eine ältere Universität bezeichnet gegenüber Oxford. Die Ähnlichkeit Kölns zu diesen aus Sezessionen entstandenen Universitäten ist, denke ich mir, auch ein wesentliches Merkmal. Zuletzt kommt noch ein weiterer Unterschied hinzu, der Köln von den anderen Gründungsuniversitäten des 14. Jahrhunderts abhebt und das ist der fehlende Charakter als Stiftungsuniversität. Frank Rexroth hat in seinem grundlegenden Buch über deutsche Universitätsstiftungen von Prag bis Köln, das ist immer noch das beste Buch zur Kölner Gründung, Frank Rexroth hat in diesem Buch die Sese vertreten, dass die Universitäten im 14. Jahrhundert analog zu anderen kirchlichen Stiftungen errichtet worden sind. Und zwar mit der dauerhaften Widmung eines Vermögens für einen bestimmten Zweck, und zwar Bildung, im Rahmen eines übergeordneten Ziels der Sicherung der eigenen Memoria durch jährliches Gedenken im Rahmen von Gottesdiensten. Diese Gleichsetzung von Universität und Stiftung geht davon in den Aufsatz von Rexroths Lehrer, Michael Bogolte, zurück, der diese These erstmals für die Gründungen in Basel und Freiburg aufgestellt hat. Jürgen Mietke hat in seiner Besprechung von Rexroths Buch vehement gegen diese Ansicht Stellung bezogen, da er in der Universität vor allem eine juristische Kooperation von Gelehrten, eine Personengemeinschaft und nicht eine klerikale Organisation erblickt. Daneben machte Mietke darauf aufmerksam, dass die wirtschaftliche Ausstattung fast nie mit der Gründung zusammengefallen ist, sondern in der Regel erst Jahre oder Jahrzehnte danach sichergestellt werden konnte. Deshalb seien auch die Universitäten nicht als Seelenheilstiftungen zu verstehen. Diese Kontroverse zwischen Rexroth und Mietke spiegelt im Kern schon eine ältere Debatte des 19. Jahrhunderts zwischen Friedrich Paulsen und Georg Kaufmann, die um die Frage des Verhältnisses von Kirche und Universität geführt worden war. Paulsen betrachtete die Universitäten als frei konstruierte Kollegiatstifte, also mehr oder weniger als kirchliche Einrichtungen, während der nationalliberale Protestant Kaufmann die Rolle des Papstums marginalisierte und den klerikalen Charakter der Hochschule bestritt. In der jüngeren Forschung ist trotz dieses Einwandels von Mietke die These des Stiftungscharakters in die deutschsprachige Forschung eingegangen. Neuere Publikationen von Robert Kramsch, Thilmann Lohse, Michael Bergolde selbst und auch Rudolf Schiefer vertreten diese Anschauung. Ich möchte hier nicht grundsätzlich zu dieser kontroverse Stellung beziehen, sondern nur festhalten, wie schwierig es ist, diesen Gedanken der Stiftung auf die Kölner Gründungsgeschichte anzuwenden. Vor allem ist es gar nicht so einfach, einen Stifter oder Gründer für die Kölner Hochschule zu benennen. Der Rat, die Schöffen und die Gemeinde der Stadt Köln unternahmen auf jeden Fall den ersten Schritt, indem sie Bettelmönche nach Rom ausschickten, um ein Gründungsprivileg von Papst Urban VI. zu erbeten. Ob für diese Anfrage tatsächlich die Mitglieder des Rates oder nicht vielmehr in Köln schon ansässige Gelehrte verantwortlich waren, lässt sich aufgrund der Quellenlage nicht entscheiden. Manfred Groten hat unlängst vermutet, dass die patrizischen Geschlechter im Rat bereit waren, Zitat, die Lasten der Hochschule zu schultern, um ihr eigenes Prestige zu steigern. Aber letztlich weiß man nichts davon, dass schon von Anfang an die Stadt die Universität auch finanziert hat. Wie William Körtner aber jüngst feststellte, ist nicht belegt, dass auch nur einer der 20 Gründungsprofessoren durch die Stadt nach Köln berufen oder eingeladen wurde. Also andere Autoren wie William Körtner heben eher die Bedeutung der Gelehrten bei der Gründung hervor. Vielmehr kamen die 20 Gründungsprofessoren wahrscheinlich von sich aus nach Köln in Antizipation einer bevorstehenden Universitätsgründung. Der Gründungsakt selber jedoch geht ganz offensichtlich auf den Papst zurück. Das ist deutlich, der Gründungsurkunde vom 21.05.1388 zu entnehmen. Zitat, wir, der Papst, wir verfügen aus apostolischer Machtvollkommenheit und ordnen an, dass in der genannten Stadt Köln in Zukunft ein Generalstudium nach dem Vorbild des Pariser Studiums entstehe und in ihr künftig Allzeit blühe. Zitat Ende. Den nächsten Schritt unternahmen 20 namentlich bekannte Professoren, die am 22. Dezember 1388 nach einem Gottesdienst im Dom dem versammelten Kölner Klerus mit der Papstbulle vertraut machten. Einem Bericht zufolge ließ der Rat der Stadt Köln auf dieser Versammlung verkünden, dass die Ratsherren, Zitat, die Gründung akzeptierten, wörtlicher Akzeptarund, unterhalten wollten, wohl und manutenäre, sowie dass sie die Universität mit entsprechenden Privilegien über ihre Freiheiten und Immunitäten ausstatten wollen. Dass dieser Bericht dem Selbstverständnis der Stadt entsprach, eben nicht Gründer zu sein, beweist ein Brief des Kölner Rates an den Rat der Stadt Hamburg vom 30. Januar 1389. Darin schreibt der Rat, Zitat, das ist die Quelle, die Sie auch in Ihrem Handout vorfinden, Unser Herr Papst Urban VI. ordnete zum Lob des göttlichen Namens und zur Verbreitung des orthodoxen Glaubens fürsorglich und auch gnädig an, dass in unserer Stadt Köln von nun an ein Studium Generale nach dem Vorbild von Paris bestehen soll. Deshalb, weil wir beobachteten, dass dies nicht nur den Nutzen unserer Stadt, sondern auch der benachbarten Regionen sowie auch das allgemeine Wohl aller betrifft, haben wir das mit aller Achtung und Ehrfurcht wohlwollend angenommen und verkünden dies euch und unseren anderen Nachbarn und Freunden, Zitat Ende. Die Formulierung macht also deutlich, dass die Stadt sich gar nicht expressis verbis als Stifter der Universität ansah, wie es Rexroth und andere behaupten. Die Stadt trat unterstützend auf, sowohl bei der Anfrage an den Papst als auch bei der Gewährung der notwendigen Freiheiten und Rechte. Die eigentliche Eröffnung erfolgte dann am Dreikönigstakt 389 mit einer Predigt des Gelehrten Gerd von Kalkar über den Jesajasvers Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Nach der Predigt machte Gerd von Kalkar die Bemerkung, Zitat, er habe seine Vorlesungen in Wien aufgegeben, denn er müsse nun im heiligen Köln das Erstrahlen des neuen Lichts der Wissenschaft verkünden, welches zuerst die Stadt Köln selbst und anschließend das ganze Land, ja die ganze Welt erleuchte. Im Anschluss wurde die erste Disputation abgehalten über die Frage, Zitat, ob in der Gesamtheit alles Wissbaren die Erkenntnisse und Vorzüge der Philosophie, mit denen der heiligen Theologie übereinstimmten. Damit wurde bei der Gründung selbst ein wesentliches Paradox der mittelalterlichen Universität entfaltet, das der theologisch eingehegten Lehrfreiheit. Die Leitidee der freien Diskussion über das Verhältnis von Vernunft und Glaube trifft auf die Leitidee der Theologie als höchster Wissenschaft. Freie Diskussion im Rahmen einer theologischen Hegemonie. Die wirtschaftliche Ausstattung erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt, soviel wir nach den vorliegenden Quellen wissen. Die wichtigste Dotation beruhte wiederum auf einem päpstlichen Privileg, welches 1394 ausgestellt wurde und sicherstellte, dass in jeder der elf Kölner Stiftskirchen eine Pfunde für einen Universitätsprofessoren bereitgestellt werden sollte. Auch die Stadt Köln leistete ihren Beitrag. Seit dem Jahr 1407 ist die Finanzierung von neun Professoren in der Höhe von 385 Gulden belegt. Diese Erzahlung erfolgte nicht in der Form eines Stiftungsvermögens, sondern als Auszahlung aus der indirekten Verbrauchsteuer der wichtigsten Einnahmequelle für die Stadt Köln im späten Mittelalter. Die Höhe der Summe ist beträchtlich, wenn auch nicht außergewöhnlich. In Wien hat er nach 1365, als Rudolf IV. gestorben ist, die auch die Stadt die Finanzierung der Universität übernommen, nachdem die Brüder Rudolf IV. nicht an der Universität interessiert waren. Die gingen lieber auf Preußenreise, wo sie ungefähr das Zehnfache in einem Jahr ausgaben, wie die Universität kostete. Also das war für solche Dünasten im Sekundär. Aber die Universität Wien hat ungefähr denselben Betrag schon 20, 30 Jahre früher für die Universität gezahlt. Und natürlich ist es in italienischen Stadtuniversitäten auch gang und gäbe gewesen, dass Städte an der Finanzierung der Universität teilhatten. Ungefähr hat man berechnet, dass diese 385 Gulden etwa ein bis zwei Prozent des städtischen Budgets im 15. Jahrhundert betrugen. Bei der Gründung von Köln spielten Gelehrte folglich eine entscheidende Rolle. Es waren jedoch nicht mehr einzelne Gründungsbeauftragte wie in Prag, Wien und Heidelberg, sondern eine ganze Gruppe von Gelehrten, der es gelang, die Bürgerschaft in ihre Pläne einzuspannen. Im Unterschied zu den anderen Gründungen in Deutschland ergriff nämlich nicht ein ehrgeiziger Landesfürst die Initiative, sondern eine Gelehrtengemeinschaft gemeinsam mit dem Städtischen Rat. Die Gründung der Universität Köln trug daher nicht den Charakter einer Stiftung. Es fehlte ein Stifter, denn die Stadt nahm das nicht für sich in Anspruch und der Papst war allenfalls eben derjenige, der gewissermaßen das Ganze in Gang gebracht hat. Zweitens fehlte ein Stiftungsvermögen, weil die Gelehrten bereits Kölner Pfunden inne hatten und damit der Lehrbetrieb durch prominente Professoren eigentlich schon gesichert war. Und drittens, es fehlte ein liturgisches Gedenken, weil es jetzt nicht keinen Stifter gab und man hat weder an den Papst noch an die Ratssähen noch an die Gründungsmagister irgendwie liturgisch gedacht. Das heißt umgekehrt natürlich nicht, dass die Gründung der Universität auch nicht als frommes Werk betrachtet wurde. Nach dem Gründungsprivileg, das ich anfangs zitiert habe, versprach man sich von einer Universität, selbstredend auch die Festigung und Verbreitung des christlichen Glaubens. Zum Schluss möchte ich meinen Vortrag in zwei Beobachtungen bündeln. Der eine bezogen auf die Kölner Universität und der andere bezogen auf das Phänomen der mittelalterlichen Universität insgesamt. Die Kölner Universität wurde 1388 gegründet. Sie ist deshalb eine Universität ex fundatione. Sie weist aber zugleich wesentliche Merkmale einer gewachsenen Hochschule auf hinsichtlich der idealen Vorbedingungen und auch Merkmale einer Sezessions-Universität insofern ihre Gründung nicht ohne die Abwanderungen aus Paris und Prag möglich gewesen wäre. Die Ehre der Gründung teilen sich Papst, Stadt und die Gelehrtengruppe um Gerhard von Kalker. Die Charakterisierung als Stiftung halte ich für problematisch, da es weder einen Stifter noch ein Stiftungsvermögen noch einen fest verankerten Stiftungszweck gab. Darüber hinaus sind am Beispiel von Köln auch die wesentlichen Spannungslinien sichtbar geworden, die mittelalterliche Universitäten als Institutionen insgesamt durchzogen. Zwischen der Selbstorganisation der Gelehrten einerseits und der städtischen Obrigkeit andererseits, zwischen dem hegemonialen Diskurs der Theologie und dem Leitgedanken der vernunftgeleiteten Argumentation, zwischen der indirekten kirchlichen Finanzierung und der Organisation als freier, eben nicht kirchlicher Kooperation, zwischen den Idealen von nützlichen Wissenschaften und dem Ideal von persönlicher Weisheit. Wie Karl Siegbert Rehberg sollte man jedoch in diesen Spannungen nicht eine Schwäche, sondern eine Stärke der Universität sehen, da sie zur Projektionsfläche unterschiedlicher utopischer Hoffnungen geworden ist, im Mittelalter und heute. Vielen Dank.